Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir greifen uns an, hier können wir uns das freischießen, sehr schön, ein bisschen Kohle, sehr gut, kann ja nicht schaden, haben müssen wir besser als brauchen. So, jetzt noch einer. Ah cool, der hat uns den Weg freigeschossen. Da geht's dann auch weiter. Alle voll besoffen gewesen. Oha. Die Variants Mannschaft. Oh, sehr schön. Es gibt immer wieder Heilung. Ich hab den Eimperk von der Waffe nochmal geändert. Nicht viel, aber immer ein bisschen. Ah, die Katzen sogar. Ja, aufpassen, die kommen jetzt nochmal von allen Seiten. Die Schwierigkeitsgrad ist gar nicht so extrem, aber es ist einfach so, dass die Masse an Skenetten extrem ist. Ja, jetzt klappergerüst. Eigentlich lohnt sich so eine Fallen gar nicht, dass ich die nochmal auslöse. Erst wenn's weiter geht. Ich hoffe, dass ich nochmal eine Zusatzwaffe finde. Ja, hier gibt's auf jeden Fall einen Prank. Das ist sehr nice. Ja, das ist auch eine geile Option. So, hier musst du ja weiter gehen. Kann ich denn von da was freischießen? Nee, aber ich kann's hier freisprengen bestimmt. Ah, sehr nice. Nicer Dicer. Ein tausend Stücke. So, wir müssen uns mal merken, hier hinten ist ein Gesundheitstrank, wenn's gleich abgeht. Ah, ich füll nochmal Munition auf. Nice Amore, genau, auf jeden Fall. Ah, hier ist so eine Special-Waffe. Oh, sehr schön. Hier wird bestimmt ordentlich reinhauen. Gerade ist nur, dass die Special-Waffen nicht so lange halten. Ah, dass die Waffe nicht lange hält. Oh, ich muss mir den da oben mal vornehmen, ne? Die Waffe steigt aber gut durch. Ah. Oh, der fehlt auch noch. Ja, das ist ein Ja, das ist ein 3 der dread pirate lord tiberian raised from davy jones' locker to serve queen mistress what the leon ok, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, schnell durch ja, müssen ein bisschen aufpassen, der ballert ganz gut so, hier können wir uns noch mal einen trank aufnehmen hier geht es runter oh man ey, der ist nicht ohne der typ ja, jetzt erstmal weg hier von oben schießen, ok, das fast müssen wir uns jetzt hier mal im Auge walten aber bloß nicht treffen lassen jetzt die unterste Energie lädt sich ja mal ein bisschen auf alter ist das knapp das ist aber richtig heftig knapp boah, der kommt mir genau richtig hier ja, danke boah, das war aber allerhöchste Eisenbahn ah, der ist zu, schade man, der ist aber hartnäckig, so, komm her ja, da ist aber ja 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 So, wie lange haben wir denn noch? Warte mal, können wir da noch, ist doch auch noch eine, kriegen wir noch eine andere Special-Waffe? Ja, sehr gut. Können wir die auch noch mal nehmen? Ja, die war richtig gut, das war nice. Jetzt können wir hier aufs Schiff noch mal schießen. Ich weiß gar nicht, warum das vorher nicht ging, da muss ja ein Special sein. Ah, da sind Schätze drin. Gold können wir ganz gut gebrauchen. Da ist mal die große Truhe, da ist richtig fett Geld drin. Hier ist ein Magazin drin, okay? Ah, ein Gesundheitstrank, sehr gut. Jetzt decken wir uns auch gleich mal rein. Jetzt will ich mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Trank ist. Wenn wir Glück haben, ist hier noch irgendwo einer. Das sieht nicht so aus. Ne, wir haben wohl alles eingesammelt. Oh, was ist das da hinten? Irgendwelche roten Schlieren, die da lang fliegen. Ich hoffe, die lässt mich zufrieden. Oh, ich habe die Katze gehört. Okay, das sind dann Rätseln. Das sind Rätseln, was sich nicht lösen kann. Ah, hier ist nochmal ein Trank. Sehr gut. Genau das, was wir brauchten. Ja, hier werden wir nochmal reich mit Gold beschenkt. Super, das brauchen wir dann, wenn wir uns die Waffen kaufen. Hier, in den Kisten. Geilen Lootkisten. Geilen Lootkisten. Geilen Lootkisten. Geilen Lootkisten. Der mysteriöse Kandle-Lit-Dauway. Welche kriptischen Kluge liegen da drin? Okay, die haben sicher schnell erledigt. Die Special-Waffe haben wir nicht mehr lange. Oh. Schalter, da müssen ja irgendwo Schalter sein. Ja, da. Da müssen wir dann freischalten können. Nur Nummer eins. Wenn ich aktiviere. Und jetzt. Ah, da ist noch eins. Da ist ganz gut gemacht, dass die rot gekennzeichnet sind. Dann findet man die auch. Dann müssen wir mal mit der Waffe drauf zielen. So, eins fehlt noch. Das sind hier vier Zeichen an der Tür. Da ist nichts mehr. Ah, hier oben. Da ist noch eins. Sehr gut. Und dann müsste die Tür ja auch aufgehen. Da. Ja. Oh, das ist dann, was ich in Kriminalität. Ja. Ow! Aber gut, dass sie so geil wegsprengen kann. Das vermisse ich an manchen Shootern. Okay, das geht bis jetzt noch. Ja, gute Reflexe, Sis. Alter Jubel, der hat mich viel mit angegriffen hier. Den Treff hätte ich mir auch sparen können. Den auch. Da war ich leider ein bisschen zu... Ja, wie soll ich sagen, zu leichtsinnig. Aber wir haben Energie haben wir ganz gut gehalten. So, jetzt looten wir noch mal ein bisschen Munition. Sehr gut, dann kann es weitergehen. Gucken wir mal, ob das auch wieder so ein langer Level ist. Das Game ist ja echt bekannt dafür. Oh! Katze! Da oben. Wie ganz geil, dass die Secrets sich bemerkbar machen. Ja, der ist aufweg. Der gut. Na los. Oh, Special Waffe. Oh, na cool. Oh, na cool. Ja... Oh. Das muss man, glaube ich, auch nicht lösen. Man muss nicht jedes Rätsel lösen. Ich habe es auch schon mal versucht. Habe drauf geschossen. Und egal welches nicht, ich schieße, egal in welcher Reichwelle, nichts funktioniert. Also ich konnte das Rätsel nicht lösen. Ich muss nur hier mal das mal. Oh, Mann, Mann, nee, das ist aber hier ein kleiner Elefant-Turk. Schade, kann ich nicht aufgeben? Ja, man muss mal merken, dass da noch ein Trank ist, falls es eng wird. Gehen wir mal weiter nach oben. Okay. Okay. Das müssen wir irgendwie aktivieren. Ist hier irgendwo ein Schalter? Von da kommen wir. Die Mission ist voll. Hm, schauen wir mal hier lang. Über die Glocke können wir nichts aktivieren. Irgendwo muss hier ein Hebel oder ein Schalter sein, dass das hier runter geht. Hier laufen wir jetzt, glaube ich, wieder im Kreis, ne? Ach, hier ist doch der Hebel. Mann, Blindfisch. Das geht wieder ab. Ah, er ist auch wieder da. Ja, das ist der Vorteil an der Nekromantik, ey. Die können ja immer wieder alle raufbeschwören. Ach, von da kommt er, okay. Oh, super, die Special Waffe hat eine Menge gebracht. Das ist leidig. Oh, Munition ist voll, das ist gut. Ich weiß nicht, ob du, aber diese Caves gibt mir die Willys. Mystische Medizin, wie wichtig ist. Ich will es, das zu haben. So, machen wir das. So. Hier wieder Kanonen. Munition voll. Oh, wir haben unsere Special Waffe sogar noch. Oh, ich hab die Katze gehört. Muss sie hier, ah, da ist sie. Gut, das ist nur eine Statue. Der läuft auch noch so ein Verirrter rum. Ui, das war aber Glück. Timing hat ja das mit nicht viel zu tun. Oho, das sieht aus wie das Start von etwas mit Gold am Ende. So, Geschützt-Stormladen. Ah, secrets. Sehr gut. Sehr gut. Auch nice. Geht wieder bergauf, ne? Oder? So. Mal schauen. Mach dich weg. Er hat ja gesagt, back to the bridge. Dann wird es hier wohl weitergehen. Oder? Oder? Oder ging es nur um die Secrets? Mal sehen, wie bei der ground ist. Ich kann das nicht mehr machen. Ach, hat sie erschrocken, dass sie selber eine Vase kaputt gemacht hat. Nee, dann geht es hier weiter. Ah, okay. Gibt es auch noch was zum Aufnahmen. Ah, nee, das ist dasselbe, ne? Ja. Wir laufen diesmal mal andersrum und gehen wieder nach oben. Steht hier unten ne Kanone. Nee. Wegsprengen kann ich es auch nicht. Warte mal. Versuch es mal mit der Granate, aber ich glaube, das geht nicht. Wahrscheinlich zu massiv. Ja, zu massiv. Dann müssen wir mal den richtigen Weg finden. Ja, hier ist ne Kanone. Hier können wir das Ganze dann abkürzen. Weil wir nächstes Mal da lang müssen, wissen wir genau. So, das ist klar, der Zaun ist auf. Mitten auch sparen können die Treffer. Ja, schmeckt. Ja, schmeckt. Jetzt sind wir wieder an der Brücke. Hier laufen wir mal weiter. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Ja, dann werden wir das gleich lösen. Dann muss das doch auf der anderen Seite sein. Was sag ich, wenn ich darauf schieße? Hier geht's runter. Das haben wir gelöst. Das sind wir ja hier hoch, ne? Wir gehen jetzt hier weiter. Genau, hier müssen wir richtig sein. Hier geht's ja noch weiter nach oben. Das wäre unrealistisch, wieder nach unten zu klettern. Ja, wir Zombies sind's aber richtig. Da spielt schon wieder einer Klavier. So, jetzt mal wegspringen, weil man auf einmal das Skelett aufkommt. Ja, gut. So, da wird Musik gespielt. Da gehen wir doch mal rein, ne? Vielleicht ist das auch die Falle. Musik vorbei. Hm. Vielleicht gibt's ja ein bisschen Gold. Oh. Das war wirklich ne Falle. Eine Trap! Was ein Rundum! Das ist turn out to be. Ein kleiner Raum für uns alle. Viel zu klein. Deswegen müssen wir ja noch ein bisschen Platz schaffen. Ja, komm, spring weg. Schade, dass sie nicht, dass sie mehr tanzen oder so. So, kommen die drei noch hier. Zack. 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 Sehr gut. Ich hab die Spieler noch. Jetzt ist es. Ja, das hat keine Bedeutung. Schade, in den Trank können wir nicht mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal drauf achten, wo noch Skelette sind. Dann wissen wir wieder, wo es weiter geht. Genau, es ging ja noch bergauf. Oh, ich bin ja der da ja auch gar nicht reingemusst. Ah, hier geht's weiter. Sehr gut. Oh ja. Oha, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Level müsste ja bald zu Ende sein. Munition ist voll. Okay, das können wir aktivieren, indem wir draufschießen. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Das ist der Personal Touch, ist es? Das ist der Personal Touch, ist es? Da geht es nicht lang, der ist gesperrt, okay. So muss das laufen. So, jetzt wird es aber auch mal Zeit für einen Energiekrank, glaube ich. Aber wir gehen mal weiter. Zack. Kommt. Ach du Scheiße, ich kann ja auf das Ding jetzt auch schießen. Wenn ich noch eine Spezialwaffe, ja, oder? Sehr gut. Jetzt geht es hier auch weiter. Oh ho ho, Amulet scharzt! Dann machen wir mit der anderen Waffe, oder? Okay, machen wir ruhig mit, ja. Wir gehen erstmal nach oben. Ah, geht gar nicht, okay. Ist hier irgendwas Spezielles? Okay. Danke, hier ist noch ein Frank. Spezialwaffe wäre nochmal gut. Ich weiß nicht, ob es hier noch eine gibt. Ah, hier ist noch was. Sehr gut. Oh. 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 Oh, die kann man immer wieder kaufen. so und jetzt ballern wir die von hier ab so einer eine headshot wäre gut bloß nicht in die eigene granate rein so hier können wir wieder aufladen nächste waffe sehr gut da könnten wir theoretisch auch jetzt habe ich fast nicht aufgepasst gucken wir mal ob wir noch eine andere waffe kriegen und dann können wir die kanone wieder aufrichten und weil wir die kanone aufgerichtet haben das ziel mit der genau dann können wir die kanone darauf richten dann können wir quasi das wieder aktivieren dann geht es jetzt los ja spannend spannend auf jeden fall da war ich hier wieder gelandet das sind jetzt nur unsere spezialwaffe gleich jetzt können wir hier ne die gehen wir nicht runter und los weg jetzt Energie nehmen Energie nehmen ja jetzt soll von hier oben die ganze umgekehrt glaube ich treffen oder aber wir schießen ja erstmal auf das ziel glaube ich das sind die 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 Oh nicht schon wieder Tiberian! Wie oft kommt er denn noch wieder? Oh nein 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 nein! Dreimal haben wir den schon umgebracht! Nächste Waffe kommt! Übel, übel! Oh, die ist schön, die Waffe! Oh, die Waffe! Ich werde dich durch die Ente! I've got me pegged, Strange Brigade. Much like me leg, which is also a peg. That's our big boss. Ah, that's it. Just let him hit you. That's it. kann ich die wieder weglocken ich brauche einen mit energie oder eine spezialwaffe wir können noch eine bekommen sehr gut komm her es ist es Der Westerlager! Not again, no! Du, useless, nautical Numsalver! Der Soulcage ist vulnerable. Prägge, Brigade, schau mal an diese Paranormal Piratis. Oh, da ist! Oh, jetzt hast du eine große Fisch. Oh, ein Blunderpass, wie brillant. Jo, wir haben's. Zerstöre den Seelenkasten. Oh, wir haben's. Oh, Freunde, das war aber ein harter Ritt. Oh, wir werden abgeholt, sehr gut. Mission abgeschlossen. Ho, ho, ho! Es gibt hier ein paar neue Waffe. Wie viel Zeit, um hier leben zu sein. Oh, neue Waffe, sehr gut. Upgrade ist schon da, okay. Das ist gut. So, Freunde, ich würde aber sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal einen Daumen da. Kommentar nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in eines der nächsten Videos. Bis dahin. Und wir sehen uns dann in einem daumen. Und wir sehen uns dann in einem daumen. Vielen Dank.